Herzlich willkommen am Mariengymnasium in Papenburg. Wir freuen uns sehr, Ihnen und euch unsere Schule zeigen zu können. Mein Name ist Michael Blömer, ich bin der Schulleiter. Das Besondere an unserer Schule ist, dass wir ein Mädchengymnasium in freier Trägerschaft sind und dass wir unsere Schülerinnen auf ihrem Weg an unserer Schule individuell begleiten. Wir hier am Mariengymnasium haben ganz neue naturwissenschaftliche Unterrichtsräume. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen für einen abwechslungsreichen Biologie-, Physik- und Chemieunterricht. Der neu installierte MINT-Raum bietet mit seinem flexiblen Raumkonzept viele Möglichkeiten. Er kann als normaler Klassenraum, als Multimedia-Labor oder als Werkraum mit Werkbank genutzt werden. So macht Unterricht richtig Spaß. Bienvenue, nous apprenons le Français. Herzlich willkommen, wir lernen jetzt zusammen Französisch. Muy buenos dias, chicas. Buenos dias, cindio rascas. Wenn du zu uns ans Mariengymnasium kommst, dann erwartet dich ein ganz breites AG-Angebot. Wir haben sportliche AGs, du kannst dich ganz kreativ ausleben, aber auch wenn du Schwierigkeiten hast in den Hauptfächern, haben wir Förder-AGs für dich, die dir helfen, deine Schwierigkeiten zu überwinden. Und wenn du spezielle Interessen hast, kannst du auch gerne an Wettbewerben teilnehmen und alles zeigen, was du so drauf hast. Hey, ich bin gerne Schülerin am Mariengymnasium, weil hier die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht. Wir unterstützen uns hier gegenseitig. Und auf den Pausenhüfen gibt es ein total tolles Angebot, damit ihr euch in den Pausen gut erholen könnt. Wenn ihr zu uns ans Mariengymnasium kommt, werdet ihr auch merken, dass hier Gemeinschaft groß geschrieben wird. Denn ihr werdet Wegweiserinnen bekommen, die euch an die Hand nehmen, damit ihr einen guten Start am Mariengymnasium habt. Wir würden uns freuen, dich im Sommer am Mariengymnasium begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal.